Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Portal Knights. So, wir sind hier gerade durchs Portal gekommen, in die jetzt eigentlich richtige Welt, denke ich mal. Und die spektrale Erscheinung sagt, Grüße, ich bin ein Freund, ein Spektal, äh Spektal, Spektral Ritter, schweres Wort, wie wir uns selbst nennen. Wir haben uns diesen Namen gegeben, damit niemand ihn richtig aussprechen kann, damit wir einzigartig erscheinen und doch sind wir nur ein Haufen Idioten, die mit blaue Scheiße um sich werfen oder so, keine Ahnung. Eins beschützte ich Elysia vor Gefahren. Nun, dank des Schattenkönigs bin ich nur noch ein Schatten meiner selbst. Es ist deine Bestimmung dort zu siegen, wo ich fehlschlug. Verbessere deine Fähigkeiten, erkunde, überlebe. Sei gewarnt, zwei Urbiester stehen zwischen dir und deiner Bestimmung. Sie sind jeweils nur durch ein Spezialportal zu erreichen, das mit einem passenden Totem aktiviert wird. Ja, moin. Herr Jemini, da sind ja überall Gegner. Das ist nicht so schön. Äh, wir sollten uns erstmal irgendwo was aufbauen, vielleicht. Also, haben wir hier mal... Ich weiß nicht, ob ich hier schon eine Hütte bauen will. Was ist das? Ah, Erz. Okay. Möchte ich hier eine Hütte bauen. Theoretisch... Was ist das? Ach, guck mal. Ruf der Abenteurer. Das Wetter ist herrlich für eine Wanderung. Man kann überall Schätze finden, aber es gibt kaum Möglichkeiten, sie auszugeben. Äh, alles wegen diesem Schattenkönig. Äh, sieh unten unter den Ruinen nach, wenn du dich traust. Und das sind die Ruinen? Oder so? Was, man muss sich hier... Äh, keine Ahnung. Äh... In den Wallruinen. Wir gucken uns den Mann, der ist Tufel 2 schon. Eieieiei. Oh. Das war sehr feurig, der Kollege. Gott, den erleben wir ja nicht. Oder doch. Alter Schwede. Okay, das sind schon, äh, krassere Gegner. Oh toll, Erdblöcke. Ich muss mir doch erstmal irgendwo wieder was aufbauen. Irgendwas Kleines erstmal. Andra Schwede. So. das ganz kleines die sieben die nun mal so eine kleine das bauen ist ein bisschen schwerer hier an dem spiel geht in minecraft ein bisschen einfacher von der hand ja das sollte jetzt überhaupt nicht dahin wenn schon mal da ist so ganz ganz kleinen so wir müssen mit dem bisschen holz was wir jetzt haben wir auch reichen wissen jetzt schon mal was unser ziel ist ja das ist natürlich mal gut okay so kann man dann auch bauen jetzt haben wir hier die werkbank mal rein was sind das okay schießt also nur einmal dann ist es weg das ist natürlich ganz 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 toll dann mit denen könnten jetzt noch ein bisschen hiervon ich bräuchte aber eigentlich eher eine tür die es vermutlich auch irgendwo gibt ich weiß nicht wo hier wo ich mir noch kupfererz was wir natürlich noch nicht haben ich bräuchte erst mal stein blöcke kann ich mir die hier nicht also wird knüppeln ist aber kein normaler stein blöcke jetzt gewesen hier eine normale stein blöcke ganz stinknormale stein blöcke man wir sind ja überall gegner das ist ein bisschen ungünstig staubmaden wir können sie zum glück nicht wirklich werden die geben wir fahren zwei football was bräuchten sind sich mit dem football und haben ja ja okay Ich glaube, es hat ihm nicht so gefallen. Das Level dauert aber auch lange, kann ich die Teile dann selbst, ja, kann ich dann selbst vergeben, das ist gut, Schaden, genau, ja, Weisheit, Marana, okay, so, okay, das kann ich damit gar nicht abbauen, aber ich kriege Erdblöcke, aber Stein, aber ich kann damit doch Kupfer abbauen anscheinend, so, da habe ich schon mal ein bisschen Kupfer, was war denn mit Kupfererz, da konnte man auch irgendwas, ich glaube, das Ding upgraden, ne, genau, acht Stück, da leck mich doch, Steinblock, eine Truhe ist ja auch ganz nett, ich brauche ein Steinblock, oder eine ganze Menge Steinblock, oh, mach mal, Made ist ja aber nicht so schön, kann ich leider nicht sagen, wie soll mitkommen, kann man nicht, hm, ich will das nicht bauen, nein, Mann, das Spiel ist ein bisschen blöd, muss ich schon sagen, so, unter den Ruinen nachsehen, ich bräuchte vor allem erstmal Steinblöcke, ganz normale Steinblöcke, und nicht Ruinensteinen, au, 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 au bauers mal steine auf der ruinen stein block halt auch geht aber vermutlich nicht wo ist man hier gelandet er hier gibt's nix ja kein holz kein stein wien stein block zettel was er voll doof du kannst du richtig hin weil du gleich aufs maul kriegst olle olle mein bisschen robin ich brauche aber stein ohne stein wird das hier nix ne Mein Quartalsteinfragment. So. Jetzt bin ich mal ein bisschen davon, ich weiß nicht wofür. Und das ist das nächste Portal. Oh, hier ist auch noch einer. Geologe. Abenteurer, wie Sie hätten doch sicher nichts dagegen, mir ein wenig zu helfen. Ja? Ich möchte eine Probe des lokalen Rohr Flammenrubinen untersuchen. Würden Sie mir etwas in meine Studie... Ja, klar, kann ich. Vielen Dank dafür. Es ist essentiell, wenn wir versuchen wollen, das Wissen wieder zu erlangen, das wir in der Tragödie unserer jüngsten Geschichte verloren haben. Außerdem ist es hier nachts gruselig. Lusche. Äh, mein Zauberstab... Warte mal, es gab doch... Das zum Reparieren irgendwie, ne? Hier. Da brauche ich aber auch Steinen. Ach, das sind Arbeiter. Boah, ich dachte schon, das sind Gegner. Ja. 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 So. Knochen. Wohin, Knochen. Die Vorsteine. Der... Der... ja jetzt haben wir jetzt einen neuen zauberstab footballer sind immer noch schon wollen hier sandblock er hat blocker ganz toll das war ja wohl nix brauchbares hier naja 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 so jetzt war sachen müll ich mache mit 9 kann ich nicht scheiße jetzt erstmal wieder rauskommen ich habe ich komme hier wieder aus vermutlich nicht kann ich die kiste mitnehmen ich habe stein blöcke bekommen hier ist kein stein das ist nur sand ok 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 ich muss ja raus die perspektive ist hier doch ein bisschen schwierig so immer ein bisschen stein kann ich jetzt den machen haja toll soll ich das ja schon weg geworfen gehabt ne so ein mist ich brauche erstmal wieder holz wo kriege ich jetzt holz her hier also mal abgesehen davon das ist ja anders holz was haben wir hier hier vielleicht doch öfters mal gucken kann auch mal stein blöcke geben jetzt habe ich keine waffen mehr das könnte holz geben ja sehr schön sehr sehr schön ich will mal in den tag mit ihm machen aber das geht ja hier anders auch die werfbank hatte hau ab das ist ja magma scheißer ich bräuchte fackeln wo waren die fackeln hier so connect die ja so ne jetzt geht das voran ich habe den zauberstatten hier abgeholt oder das vergesse ich immer so ich brauche trotzdem noch stein ich wollte spieler also auch kein spieler sondern er scheint ganz so als hätte ich meine junkerhose verloren als ich weg lief im kampf im kampf gegen monster im ruinen vertieft war wärst du ein freund und würde es mir eine neue anfertigen aber klar mache ich doch gerne ist das hier normales ziegelstein ich jetzt auch nicht so was william junkerhose junkerhose kann ich noch gar nicht grad brauche ich noch mehr baumwolle baumwolle ist gerade schlecht hätte ich mitnehmen sollen ich glaube hier finde ich da nicht so viel oder ist das ja eigentlich wüsten frucht wollen wir nicht lassen wir brauchen wir das noch so das bringen wir jetzt dem nutzen da und dann in der nächsten folge gucken wir was der dazu sagt ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss bis zum nächsten mal bye bye Bis zum nächsten Mal.